Und jetzt Andreas Sander, der erste Deutsche. Das Allgäu ist wach, liebe Freunde. Gestern ist super gefahren. Leider Tor ausgelassen. Kommen wir gleich noch dazu. Zurück aufs alte Material gegangen, auch wichtig. Auf geht's, Andi. Zeig das, was du kannst. Dann ist heute extrem viel drinnen. Die Startzeit ist gut. Passt da oben schon mal. Körpersprache passt. Das passt schon mal. Der ist aggressiv heute unterwegs. Top-Geschwindigkeit. Fast sogar noch ein bisschen tiefer da in der Traverse als zuvor Griechmeier. Ja, er probiert die direkte Linie zu fahren. Das passt. Der will heute. Leider immer so ein bisschen untergegangen in den vergangenen Jahren. Leicht Angestellter. Die guten Leistungen von ihm. Gut, gut. Voll dabei. Voll dabei. Auch hier. Griechmeier ist da oben schon ein enormer Grabmesser. Den hat er gestern super gefahren. Fast gar nicht gesprungen. So, geh drauf, Andi. Geh drauf. Nicht überdrehen. Komm von hinten. Und dann muss man jetzt hoch rauskommen. Komm hoch raus. Diesmal hat er es geschafft zumindest. Aber er hat ein bisschen quer gestellt. Nachdrücken müssen. Uiuiuiuiui. Aber die Geschwindigkeit passt. Da bin ich so ganz leicht quer hingestellt da unten. Das ist das Tor, an dem er gestern vorbeigefahren ist. Gedina Jump. Jump. Sprung. Komm, Andi. Komm, 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 komm. Gut, 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 gut. Der ist schnell. Der ist schnell. Topgeschwindigkeit. Das kann man unten aufholen. Ja, das Material, das weiß man. Das geht gut bei diesen Verhältnissen. Das weiß man ja. Jetzt darf er keinen Fehler mehr machen. Komm, siehst du an unten. Andi Sander kämpft gegen Vincent Grichmeier. Komm, 37. Sander Grichmeier. Eine Hundertstel. Eine Hundertstel. Eine Hundertstel Sekunde. Ja, ja, ja. Das ist ja, also. Wenn es am Ende um diese eine Hundertstel Sekunde geht, liebe Zuschauer, dann fliegt hier gleich was durchs Studio. Ah. Eine Hundertstel. Ja, die liegt hier. Na ja, da liegt mehr. Schau, da in der Traverse, da muss der so lange nachdrücken, nachdrücken, nachdrücken. Und wie er beißt, er beißt natürlich genau. Och, eine Hundertstel. Das ist so wenig, das ist nichts. Aber war eine super Fahrt von ihm. Richtig gute Fahrt. Und jetzt kommt schon das nächste Kaliber. Auf Augenhöhe mit Grichmeier.